Ho ho ho, wir öffnen wieder ein Adventstürchen für euch. Und zwar gibt es heute vom Küchenstudio Liebscher und Konradsdorf, also von unserer Base, wo wir Ritzo-Kochfolgen drehen, und zwar ein schönes Salatschüssel mit Salatbesteck dazu, für die gesunde Ernährung, ganz klar, würde er passen. Ihr Lieben, fleißig liken, fleißig kommentieren und teilen und der Gewinn ist euch. Ihr Lieben, schöner Weihnachten und bis bald, ciao, euer Ritzo.